ja meine freunde was geht ab bei euch x7 hier haben wir starten mit einem neuen saunas war video wir beschwören heute ich konnte ich bin eben fast vom stuhl gefallen als ich diesen namen gesehen habe wir beschwören heute für knetkugeln diese base ist sehr cute mit diesem herz da aber wir können sogar einen wunsch machen hier hat irgendwer was bekommt pola queen ich fahre mir übrigens nebenbei auf meinem ipad für mein neues cutes girl dieser neue munke los so kawaii ich denke ihr habt heute vor diesem beschwörungs video ich weiß nicht genau wann was hochgeladen wird aber auf jeden fall bevor das video hier kommt kommt der munke los ich weiß nicht ob das ob ich das am freitag hochlade oder ob ich das hier gerade was ihr hier seht am samstag hochlade auf jeden fall kommt vorher das munke los video deswegen spoiler ich jetzt kein so kawaii what the fuck cyrus holy shit okay also sie hat gesagt ich darf alles von ihr beschwören sie hat in den letzten drei bis 400 ms nichts bekommen deswegen will sie mir den account anvertrauen ihr freund muss sie immer trösten mal sehen ob wir heute ihre pechsträhne brechen können sie hat auch geschrieben der stream war übrigens klasse das freut mich sehr ein herz für dich und ja ich würde sagen wir schauen einfach mal rein wie viele schriftrollen sie hat wir haben auch stein rotation wir haben 103 ms nice zu 567 lds eine legendäre also ein garantierter blitz ihr könnt mir mitraten wie viele blitze wir bekommen also ein garantierter 100 ms ein paar steine lds ich sag mal ich sag 10 ja 10 stück beim letzten also auf meinem baby account hatten wir ja nicht so viel glück naja ich bin gerade im rift dungeon da in dark und es sieht nach einem vernünftigen run aus okay also wenn ich zwischendurch ein bisschen abgelenkt bin dann klicke ich nur einmal und dann kann ich euch auch die belohnung sagen so ich würde sagen wir beginnen einfach drei zwei eins ach so es ist nach dem patch also mal sehen wie es patch wie es lag mit dem neuen update ist drei zwei eins let's go baby vor allem ist es ja momentan so dass man eine ms mehr bekommt wenn man ein premium paket kauft also manche sagen das ist so ein köder so ein kleiner bait und dann dann ist nichts in dem ms drin oder so aber vielleicht können wir heute das gegenteil beweisen ich würde mich auf jeden fall sehr freuen wir müssen noch wünsche und grüße vorlesen ein tyrant auf jeden fall nicht schlecht ich weiß gar nicht was sie so hat das hätten wir uns gucken wir uns gleich an wenn wir die sache ins lager bringen so ich lese erst mal vor was sie gesagt hat ganz wichtig sagt mir vorher bescheid wenn du beschwörst ich bin nämlich sehr süchtig blitze horus ich habe schon die flügel sehen ich wollte schon leicht anfangen zu schreien aber im ms t ist sehr cool übrigens da habe ich jetzt einen kommentar gelesen also in saunas war selbst ja kann man ja kommentare zu monstern abgeben um dann da kann man ja dann gucken wie die geruht werden oder so und einer hat bei im ms t den kommentar geschrieben ich habe es nicht mehr ganz im kopf der hatte so ein paar rechtschreib wieder da drin also es war aber ganz witzig der zu beschrieben heaven hat ja anstatt so heaven hat den schreibt er so heaven hat meint der gut oder so irgendwie weiß nicht es klang irgendwie nicht nach einem deutschen aber es war irgendwie lustig naja ansonsten hat sie geschrieben du darfst übrigens alles aufmachen auch die steine zu den wünschen wünschen tue ich mir eigentlich nichts bin über das froh was du bekommst hoffe das nimmt dir ein bisschen in druck da ich so lange nicht beschwört habe freue ich mich echt über alles all right also die zwei forsters die wir bisher bekommen haben tyron und der horus sind auf jeden fall beide ziemlich gute monster und dann hat sie gerade was sehr süßes geschrieben dann kevin ein kleines herz für dich ein großes bekommt nur mein freund so soll es sein sehr sehr cute okay dann drücke ich dir mal die daumen sie hat ja keinen bestimmten wunsch deswegen blitze wasser joker sehr wahrscheinlich nicht aber hey die blitzrate nach dem patch ist bisher echt vernünftig also ich kann kann mich bisher nicht beschweren aber gut wisst ihr was wir schon lange nicht mehr gemacht haben ich habe schon lange nicht mehr über die blitze gesprochen beziehungsweise die blitze reviewt und das wünschen sich immer mal wieder leute deswegen sage ich mal kurz was zu den monstern die wir bekommen haben nummer eins tyron extrem gutes monster ich habe es sehr lange benutzt und ich habe ihn der hat mir wirklich sehr viel im spiel geholfen ich habe ihn im gegenkampf benutzt in der arena in TOA als farmer eigentlich fast überall es ist ein sehr gutes cc monster kann freezen kann glancing darauf setzen auf qual hat er noch extra eine möglichkeit zu stunnen kann mit dem ersten skill procken das heißt er kann sogar als damage dealer gebaut werden also ist ein rundum gutes monster im endgame nicht mehr so aber vorher ist er auf jeden fall ein gutes monster ich würde ihn auf jeden fall auf qual ruhen und naja man könnte ihn auf rache ruhen oder auf focus oder auf klinge oder für pvp settings auf willen natürlich man könnte ihn selbst auf gewalt bauen aber ich mag irgendwie qual für zu a lieber und dann kann man ihn sehr gut bei bei den toa stages benutzen benutzen beim boss ist er nicht mehr so gut weil er naja den boss nicht freezen kann da sind andere monster besser aber er hat mir auf jeden fall sehr 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 lange sehr gut geholfen nur heutzutage sieht man teilen eigentlich kaum noch und im endgame sowieso nicht mehr weil da überall wille ruhen sind und dann sind andere monster einfach besser und naja da reicht er nicht mehr aus für endgame gegen kämpfe oder endgame arena aber anfänger bis mit game ist der extrem nice ja so viel dazu stats auf die ihr achten müsst natürlich speed accuracy und dann kommt darauf an ob ihr ein supporter oder ein damage dealer baut also entweder crit damage attack oder crit rate attack oder hp hp fertig also so kann man ein teilen ruhen ich habe meinen leider seit ewigkeiten nicht mehr genutzt und er hat einfach so übrig geblieben da ruhen von mir drauf und ich habe wieder ein ich habe gerade grünen grindstone bekommen im raid das ist nicht schön also im rift dungeon nicht im raid bei grünen a5 wäre glaube ich schon relativ troll naja also teilen wie gesagt anfänger bis mit game ein sehr tolles monster und ich weiß auch noch oder ich sehe auch noch immer wie er leute die sich in tyrant wünschen aber das aber am ende verschwindet er leider von der bild von der von der spielfläche leider oder vom spielfeld zweites monster immacity hingegen ist ein richtiges monster dass man immer benutzen kann und ihr seht den ja dass ich den eigentlich in so gut wie jedem gegenkampf benutze ist ein extrem starkes monster in kombination mit ignore defense also mit defense mit monstern die mit defense skalieren und vielleicht dann ignore defense machen können wie zum beispiel kupfer bulldozer selbst wind panda das sind alles gute monster die man mit immacity kombinieren kann selbst varat kann man mit ihm kombinieren also sie passen alle sehr gut zusammen auch besault ja weil wir gerade mammut bekommen haben das sind alles gute monster zum beispiel hier ist der nexos vor allem rundmann kupfer einfach nicht also ohne speed und immacity füllt einfach seinen kompletten anglobsbalken deswegen ist er so gut und ist besser als zum beispiel eine megan oder so die auch defense buff gibt aber er ist einfach der perfekte partner für einen kupfer weil er nicht nur defense buff gibt nicht nur die attack leistet komplett füllt sondern auch ja simpsons sondern auch ein crit buff gibt also perfekte kombination richtig gutes monster die meisten ruhen ihn entweder auf tempo oder auf qual speed hp hp speed hp dev speed hp accuracy ist eigentlich egal meiner ist auf gewalt es geht auch aber da muss ihr aufpassen dass ihr schnell genug seid damit ihr nicht aus bietet werden von den gegnern weil ihr wollt eigentlich den ersten turn bekommen und offset ist eigentlich egal schutz wille wäre am besten also wille wärm sichersten falls der gegner doch zuerst zum zukommt kann er euch auf jeden fall nicht dann außer es trippt aber gegen den stripper würde ich dann nicht den benutzen aber ja kommt immer darauf an und äh ja meiner war früher auf speed hp speed attack hp jetzt ist er auf speed hp hp weil es wichtig ist dass er tanky ist weil er doch oft irgendwie will theomars immer meinen immensity anvisieren und der leidet dann oder leidete oder lit leidet der heaven lit früher sehr unter dem schaden von theomars und unter den procs von ihm leider so im lager sehe ich kein net five dann schauen wir mal was wir für six stars und net fives hier haben das wollte ich mir angucken nicht mehr genug platz was so so okay es passt so wir haben gar nicht so viele six stars okay schauen wir hier wir haben raki als net five und ansonsten nur ein net five oh dann müssen 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 wir hier ihr definitiv nur ein net five ziehen ich wünsche ihr das okay wir brauchen dring glück bitte kommt was da auf unserer seite ist es pre patch was bekommen wir hier ich bekomme kritschaden fives daru ne shit kampfgeist ja also bei mir im raid hier gerade im rift ich sag ich sag dazu jetzt immer raid ich weiß auch nicht rift man kommt bitte ein net five für sie ich wünsche es ihr irgendwas schickes please das wäre auf jeden fall sehr gut naja also es kommt sehr viel auf uns zu mit diesen ganzen ich farm jetzt immer fleißig für diesen homunculus damit wir die skills von ihr auch bekommen aber dazu habt ihr bestimmt in einem anderen video schon was gehört machen wir lieber mit den reviews weiter aber warten wir erstmal ab einen feuer pirat na 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 wir wollen was schickes was haben wir noch bekommen wassaurus können wir direkt nach dem windhorus machen es ist die perfekte die perfekte kombination oder perfekte teammitglied von kata ist besser als chloe weil er attack buff und unbesiegbarkeit und wartet crit buff attack buff und unbesiegbarkeit so viel what the fuck echt ist der so gut der macht echt unbesiegbarkeit crit buff und attack buff holy shit ja also er macht die drei sagen die man für kata braucht und normalerweise hat man dann seek und chloe benutzt und jetzt kann man kwebe und chloe also nein kwebe und kata kombinieren und kwebe übernimmt dann die funktionen von einer chloe und von einem seek wobei die unbesiegbarkeit nur auf einen monster übertragen werden kann und anders als immacity füllt er nicht in angerspalten aber er ist sehr stark wohnt man genau wie immacity also schnell entweder tempo oder qual qual weil man mit dem aoe dann stunnen kann meiner ist wieder auf gewalt der er ist er ist auf gewalt schutz und es ist ein liesel gewalt schutz weil ich kata mit bernard benutze und dann braucht er kein wille weil er sowieso vor den gegnern 100 prozent dran kommt aber immacity benutze ich ja ohne bernard da ist entweder siara oder wind panda oder bulldozer dabei und da brauche ich dann ab und zu schon mal wille also da ist wille auf jeden fall besser wieso bekommen wir keine net 5 hier wenn sie seit 300 rollen nichts bekommen hat wird es dringend zeit okay machen wir erstmal die steine ganz zum schluss machen wir die eine legendär aber ich habe ein gutes gefühl heute irgendwie bei der ld ich weiß auch nicht pre patch ld net 5 kann es sein dass ein ld net 5 kommt please nein okay hier kann gar kein ld net 5 rauskommen aber die steine sind wie immer bullshit wobei ich kann mich bei den steinen irgendwie nicht beklagen aber ich will schreien darf ich bitte schreien please you piece of shit game ich sollte vielleicht aufpassen was ich sage weil ich weiß ja jetzt dass com to us ab und zu mal meine videos schaut deswegen hallo com to us ich beleidige nie eure firma nein dieses spiel ist wirklich amazing nur manchmal darf man sich ja über die blitzrate aufregen oder wenn sie seit 300 bis 400 schriftrollen keinen net 5 bekommen hat wieso nicht wo ist das problem es darf nicht wahr sein bekommen andere in 70 schriftrollen 205 who's to so fee komm schon please bitte wenigstens ein blitz in der ld schriftrolle das ist doch nicht zu viel verlangt god damn it also wir bestellen aber lin ist sehr nice sehr gut wir bestätigen pre patch ist das lack irgendwie nicht größer als vorher die legendäre warten wir erstmal meinen run ab so mein run ist durch bekommen wir irgendwas gutes in der schatzkiste wir bekommen naja 5 star ok 5 star ich bin auch durch ich hab genug pieces also genug stücke vielleicht ist bei mir was im shop vielleicht bringt uns das glück für die legendäre nein bei mir ist nichts im shop shit ok was machen wir jetzt sollen wir kurz so rausgehen so la 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 ok jetzt ist es Zeit legendär net 5 komm bitte schenke was gutes please 3 2 1 let's go baby bitte 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 no also der ist nicht schlecht der ist eigentlich ziemlich gut für nekro also für später auf jeden Fall behalten den benutzen jetzt extrem viele Leute in nekro ich weiß gar nicht ob ich ich hab ich glaub ich hab noch nicht mal einen also ich glaub ich hab nie einen bekommen ich weiß nicht äh aber der ist extrem nice für nekro also immerhin das also die forces die wir hier bekommen haben waren eigentlich alle ziemlich gut nur leider kein net 5 und ich hätte es ihr wirklich gegönnt weil sie nicht wirklich viele net 5s hat beziehungsweise 1 zählen wir mal ich hab 10 geschätzt wir haben bekommen 1 2 3 4 5 6 7 8 wow nur 8 Stück das war wenig also die Blitzrate war am Anfang gut und am Ende hat sie ein bisschen nachgelassen juh aber zu den forces ganz kurz gut äh skill ups gut gut beziehungsweise sie hat eine schon deswegen skill ups äh skill up äh gut äh skill up gut also die forces waren wirklich vernünftig vor allem hat sie eine rakshasa wann werde ich sie bekommen werde ich sie jemals bekommen werde ich jeweils eine vorbekommen ich weiß nicht das ist so sie will irgendwie nicht zumeck was was hab ich hier angetan blödes monster ey ich würde dich doch zum sixer machen aber okay kümmern wir uns erstmal um unseren cute homunculus girl ja um unsere supporter ah ich freu mich schon darauf naja also ausbeute von den forces war gut ähm ausbeute von den lds war okay also immerhin lin und der naja der dark äh der light äh wie heißt der der light ich hab den namen vergessen der hier der light sensenmann ist jetzt nicht wirklich besonders aber auch nicht wirklich schlecht also den würde ich auf jeden Fall mal behalten aber lin ist auf jeden Fall gut und forsters waren teilweise auch in ordnung nur ich hätte ihr net five gegönnt das ist das einzige problem was ich mit dieser beschwörungssession habe ansonsten waren gute forsters dabei also Piraten Horus und so da wisst ihr ja dass ich genau sowas will und Kung Fu Girls auch also es wäre eigentlich von Skidabs her sehr gut gewesen und wenn sie die Monster noch nicht hat weil ich sehe kein Emacity und kein Quebe den kann man sich natürlich fusionieren aber Emacity nicht äh die sind beide sehr stark und äh der Wasserlitch natürlich auch also für später auf jeden Fall ist was dabei und vielleicht mag sie Tyron oder so ah sie hat schon ein Emacity aber trotzdem wirst du auf jeden Fall nicht bereuen weil der braucht später Skillups naja also war war okay sag ich mal so wir können uns ja nicht immer über Kontos beklagen aber ab und zu net five ich hätte sie auf jeden Fall gegönnt naja okay so ich hoffe euch geht's gut wir sehen uns im nächsten Sounders War Video wieder haut rein Freunde bis zum nächsten Mal ciao